Wenn der Bergmann fündig wird, tausende von Jahren, dann hat er gesagt, Bergmanns Freude. Der Bergmann fährt ein in den finsteren Schacht, glück auf zur Arbeit, sein Herz ihm schon lacht. Wenn er bei dem Lämpchen, das flackert und glühlt, die Schätze der Erde, hellbrichend er sich. Da kommt Freude, ja. Jeden Donnerstag um 11 Uhr findet eine kostenlose Bergklappenführung statt.